Im Sommer werden wieder die Bikinis und Badeanzüge aus dem Schrank geholt. Auch bei Mozzi Mabuse. Die Tänzerin präsentiert sich in ihrer Instagram-Story im heißen Strand-Look. In einem schwarz-weißen Zweiteiler mit Muster filmt sie sich vor dem Spiegel. Dabei kommt Mozzi's durchtrainierter Körper besonders gut zur Geltung. Der Zweiteiler umschmeichelt ihre heißen Kurven und vor allem die muskulösen Arme der Let's Dance-Jurorin lassen bei den Fans Schnappatmung aufkommen. Dazu hat Mozzi eine wichtige Botschaft. Jeder Körper ist ein Bikini-Body. Lebe dein Leben jetzt, schreibt sie zu dem Clip. Damit stellt die Tänzerin klar, dass man keine Diät halten oder sich im Fitnessstudio verausgaben muss, um am Strand im Bade-Look gut auszusehen.